Jeder braucht was, wovon er träumen kann. Wieso? Stell dir vor, du hättest einen schlecht bezahlten Job, keinen Freund und schon ewig keinen Sex mehr gehabt. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann eben ein langweiliges Leben als Steuerberater, der keine Frauen ins Bett bekommt. Du meinst also, ich soll mir lieber Angelina Jolie angucken, anstatt einer echten Frau? Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere? Was war das? Ein Kuss. Ein Gute-Nacht-Kuss, meine ich. Tschüss. Faxi! Das geht nicht. Wieso nicht? Jetzt doch. Doch, aber da drüben steht mein Roller. Das Morgenhalteverbot, das kostet 15 Euro. Kannst du überhaupt noch fahren? Nö. Soll ich fahren? Nö. Was machen wir jetzt?